In der Videobeschreibung In der Videobeschreibung In der Videobeschreibung Sooo... Patrick? Wo bist du? Äh...draußen Ah... Ah... Moment Ich mach's kurz Boah, als ob da... Ich hab zwei Stecks voll? Zwei Stecks, was? Zwei diesen Früchten Ach so Geh mal hin Oh man Boah... Ich fühl mich so schwach Da musst du Pumpe in den Gym Weißt du, in diesem Modpack hab ich halt ein Schwert Was man verzaubert ist, dann macht es insgesamt 22 Schaden pro Schlag Zweiundzwanzig Ja, Patrick, guck mal hier Eik, Version ist das Modpack? Was ist das denn für Steuern? Ist das neue Textur? Wir müssen...fach mal... Das hier an der Videobeschreibung wieder gerne Ne, das sind neue Blöcke So Leather Ward Leather Ward Leather Ward Leather Ward Ja, ne wieder mit Und das andere wieder zurückschaffen Nein, ich finde die Garen Für diesen Leather Ward Ward Den hier Oh Damit kann man schon was gut Guck mal, dass das den Rotton finde ich gut Hey, guck dir her Das andere gefällt dir nicht oder was? Na doch, das ist auch okay aber... Guck mal, man kann ja gar nicht wieder zurückcraften Ähm... Ja, wo soll ich den Weg jetzt herführen lassen? Von dem Feld? Ich weiß nicht, wo ihr der an... Wo euer Eingang ist Ich glaube, ich nehme einfach... Das ist halt netherbrickblock In rot Das andere Was aber komisch ist, weil die Originale auch schon so dunkelrot sind, ne? Naja, stimmt Da finde ich das ein bisschen doof Wir haben jetzt einfach hier Der andere Fabrograf wird immer von mir super ganz fertig Die Lamar-Word hat sich nicht wahr voll Ich muss jetzt hier wegen Looting Die Lamar-Word hat sich nicht wahr voll Ich kann da noch Eine diamond forge Hier Für den diamond to it, mu 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 1, oder? 1, ja Zwei Eins, genau eins Eins Genau fünf Genau eins Habe ich da sieben? Habe ich da sieben? Wo bist du denn? Ich komme jetzt äh Ja wieso habe ich eigentlich diese Potion dabei Iris zum Potion Wenn ich die hatte und dann habe ich die gegeben und dann ist alles eskaliert So Immer noch Drachen atmen Habe ich extra eingesandelt vom Drachen Den Atem Ja, wofür warst du aber nicht? Bei diesen neuen Pfeile Wo ist das hier? Äh sammeln Hier Wir können ja den Drachenbauer bestiegen, oder? Das haben wir auch nichts besser zu tun, ne? Ja klar Knockback 2, Smite 4 Wer will Smite und Knockback... Der Mülleimer Mach einfach Der Mülleimer Hehehe Ne Luca mach einfach Was denn? Ich habe es doch schon Achso Jetzt zeig mir doch mal eine Verzauberung an Ich habe jetzt bei uns auf Atropos Äh verzaubert? Ja Ne verzaubert eins und verzaubert Ja das andere habe ich gerade genommen Wappen mit 3 hätte ich ja da Das ist was Was geht dann einfach in ein Werk zu bauen Die Schwerte Also einfach so wenn... Feining of Atropos Genau Ach nee Willst du euch ja auch ein Eisenschwert mit Wappen? Auch da habt ihr Pettel Wer will denn mit mir die Welt erkunden? So ich habe euch ja nicht Ich habe den Weg mal fertig gebaut Die Lampen habe ich jetzt auch Ah es gibt noch was Neues Warte mal Ich baue schon mal die da wo die hinkommen Patrick? Ja? Guck dir mal an ob... Äh? Achso Shit Äh guck dir mal gleich an ob der Block fällt Hm Hm Oh Geht genau auf Wo bist du? Da bist du Ah Muss ich jetzt wieder hochkommen? Ja Boah und die Laternen-Stellplätze jetzt Da muss ich schon mal hinkommen Aber ich baue dir jetzt noch nichts Hier guck Entschuldigung Die Knochen brauche ich aber nicht mehr Und zu dem Block Das Mabel? Nein Das ist ähm Knochen-Block Was ist Knochen? Ja Geil Knochen-Mil Boah es gibt jetzt ähm Wie heißt es? Gelette unter der Erde So Noll Fabian Yes Du hast doch bestimmt das Facebook-Video gesehen mit der Eulen im Auto und der ähm Äh 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 wuki was denn ne? Ja Ja Die war ja eiskalt Äh jj abrams hat hier irgendwie äh äh Gekontaktiert oder so Ne ja 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 Und dann war die da noch bei Die Hälfte die Show nochmal ja genau Aber ich weiß nicht wie die Kacke da heißt Na ciao bitch Aber du weißt, was die meinten, ne? Mit dem Auto und dann saß der da hinten und dann war die ja noch irgendwie beim, äh, Star Wars-Dings, äh, fuck, Alter, wie heißt das denn? Auf jeden Fall, nur in diesem geänderten Video, was übrigens total genial ist. Ich finde die Maske total geil. So witzig. Ich glaube, ich hätte auch so gelacht wie die Frau. Das ist schon lustig. Was? Weiß, da sind mittlerweile so viele Kühen bei der Farm drin, ich werde die ganze Zeit weggestoßen. Oh, du bist weggestoßt von hinten, oh, geil. Habt ihr mich nicht gesagt, hör, hör. Ich aber. Okay. Deine Mutter auch. Hör, hör, hör. Du Huse. Deine Mutter auch. Komm bitte nicht hoch, ich sag. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Das war jetzt nur rausgeflogen. Ne, ich wollte dir noch gar keiner mehr ficken. Du hast das halt wieder reingeschmissen. Ne, ich hab da ein extra zugebaut, damit noch mehr Kühe erzeugt werden. Damit das aber noch mehr leckt. Ja. Ja. Mach viel zu viel Pfeile, Alter. Oh, wo ist denn das Pfeile? Ich brauch nur Spitzhacke. Hast du Pfeile? Ja, ich hab ungefähr 26. Gib mal. Wir haben gar keine mehr. Dankeschön. Ja, das reicht ja für dich. Ähm. Sorry. Ich hab da eigentlich diese hässlichen Lampen hier hingebaut. Hm. Nee. Ich brauch die ganze Zeit hier. Ich brauch jetzt gerade die ganzen Stellplätze für die Lampen. Aber ich brauch die jetzt nicht, oder? Soll ich die jetzt bauen? Sondern was, weil ich weiß, dass ich sie wieder anbauen muss. Ja, ich wollte doch ne... Ach, ich weiß nicht, was ich in den Berg bauen wollte. ...automatische Scheiße. Einen zweiten Berg. Nein, einen zweiten Berg in den Berg. Ich glaub, da hinten hängt noch meine Flugmaschine. Bergsepsen. Das ist meine Flugmaschine hier oben. Berg. Nee, doch, da hab ich mich mal hochgebaut. Crep. Also was hast du mit deiner... Das letzte Mal, was ich weiß, dass du mit deiner Flugmaschine gebaut hast, hast du 9-11 nachgestellt. Nee, nee, nee. Das wollte ich machen. Das war eine Farm. Boah, ich fand das doch ein bisschen zu, ähm, geschmatzlos irgendwie. Äh, ne, ich hatte zu. Nee, also, ja, war lustig. Nee, ich wollte ja, ich wollte erst so 9-11-Video so einbauen. Mit lustiger Musik. Ähm, was haben wir noch geplant jetzt hier? Ja, also ich fange dazu. Sollen wir noch irgendwas anbauen, oder soll ich wieder weiterbauen? Und dann haben wir was cooles. Und sonst hab ich nichts zu tun. Du kannst so richtig das Haus verschönen. Nee. Du musst es nicht in die Luft jagen. Nee, also, ich kann es gut wieder wäscheln. Oder wir spielen, äh, wir spielen, sag ich. Äh, wir machen, ähm, hier, den Drachen mit nochmal. Oder wir machen, äh, hier einfach mal, nochmal so, ne, ne Nessertur. Ja, zu dritt. ich weiß was wir machen haben wir noch obsidian ja ja dann echt nicht ja dort zwei noch insgesamt zehn dann gehen wir hinten zu diesem riesigen berg den ich da gesehen habe da bauen wir dann total rein und dann gehen wir da rein und dann bauen wir da noch ein portal also wochen theoretischen 20 ob sie dir ja okay das ist aber gut ich habe noch mal dann haben wir eine neue festung ja dafür wäre ich nämlich auch warum habe ich eigentlich kein diamantwerkzeug ich mache mir immer eisenzeug effizient zwei auf der spitze da nehme ich mit einem eimer mit dem wasser und du hast irgendwann eine höhle dann ist das mit mein ding aufgebaut